Hallo Freunde, heute melde ich mich mal wieder mit brandaktuellen Neuigkeiten aus dem Ford Store und zwar mit dem neuen Ford Puma. Der Ford Puma bleibt seiner Linie treu, aber nun mit dynamischem großen Kühlergrill, dem neuen Ford Emblem von der Motorhaube in den Kühlergrill gewandert und serienmäßig Voll-LED-Scheinwerfer, LED-Blinker, LED-Ablendlicht und LED-Fernlicht. Auch wieder serienmäßig mit dabei, die bewährte Ford Megabox. Einmalig in der Fahrzeugklasse, komplett wasserfest und mit Abfluss. Auch serienmäßig dabei, LED-Rückleuchten, der neue Puma, mehr als nur ein Facelift. Und nun das absolute Highlight des neuen Ford Pumas, der Innenraum, das neue Ford Lenkrad, bekannt bereits aus dem Ford Explorer und dem Ford Tourneo und Transit Custom, hier beim Puma serienmäßig mit Tempomat. Das neue 12 Zoll Touchscreen mit Sync 4 System, Apple CarPlay Android Auto ohne Kabel. Komplett neu aufgeräumte Mittelkonsole und eine verschiebbare Mittelarmländer. Abgewinkelte induktive Ladestation. Auf Wunsch erhältlich eine B&O Play Soundbar. Verfügbare Ausstattungsvarianten beim neuen Ford Puma. Titanium, ST-Line und der ST. Verfügbarer Motor, der 1 Liter Multi-Hybrid mit bis zu 160 PS als Benziner. Wahlweise mit 6-Gang Schaltgetriebe oder 7-Gang Automatik. Und eine Info verrate ich euch jetzt schon. Es wird ihn auch als vollelektrische Variante geben. Mehrere Infos dazu nach dem Sommer. Der Ford Puma ist ein absoluter Bestseller. Seit 2019 mit über 20.000 Zulassungen im Jahr nur in Deutschland. Sei auch du dabei. Fahr ihn Probe, bestell ihn und du wirst genauso begeistert sein wie wir. Fahr ihn Probe, bestell ihn und du wirst genauso begeistert sein wie wir.